Hier sehen wir nun Stephanie Cotel aus Frankreich, eine der älteren, die auch schon bei Olympischen Spielen, bei den Olympischen Spielen in Seoul gestartet ist und bei Welt- und Europameisterschaften, 18 Jahre. Sie ist ein bisschen verletzt am rechten Fuß, im Training hat sie sämtliche Sprünge ausgelassen. Da ist sie sicherlich gehandicapt, hier beim Wettkampf. Recht düster dramatisch ihr Musikthema, da würde ich jetzt wieder sagen bulgarisch. Ich glaube, Stravinsky. Ich glaube, Stravinsky. So, wir hören gerade, dass sich dem Rat drin wohl was tut, dass wir jetzt zunächst mal... Ah, nein, nein, noch nicht, noch nicht. Wir können noch ein bisschen bleiben, wir können noch ein bisschen bleiben, kleiner Fehler vom Amt. Also, nach Stephanie Cotel...